Hallo, ihr Lieben. Wir sind inzwischen im Jahreskreis schon im Dezember angekommen. Mit der zügigen Tempo eilen wir zum Jahresende von 2019. Im Dezember haben wir das dominierende Sternzeichen Schütz. Schütz steht für das Naturwesenelement bei den Vulkane. Es kann sein, dass hier sehr viel Feuerenergie heute, die Nacht, morgen bis morgen Mittag, bei euch herum ist. Es kann vielleicht auch zu kleineren Vulkanausbrüchen kommen, weil diese Vulkane ja sehr stark dominierend sein können. Das ist eigentlich gut, weil das führt dann auch wirklich nochmal so, dass euch das Innerste gegenseitig kommen darf und sich auch zeigen darf. Und vielleicht auch Themen, die ihr lange Zeit unterdrückt habt oder vielleicht noch nicht so gegenseitig gezeigt habt, die euch vielleicht selber auch noch nicht so bekannt gewesen sind, dass die jetzt wirklich an der Oberfläche kommen darf und sich zeigen darf. Und das ist eigentlich sehr kraftvolle Energie, weil sie auch so ein bisschen zum Abschluss, also mit der abschliessenden Energie des Jahres verbunden ist. Also wo auch ein ganzer Lernprozess zu Ende geht, den ganzen Wachstumsprozess sein Ende nimmt und dann mit der letzten Rauhnacht, also von morgen auf übermorgen, dann wirklich sein ganzes Ende findet. Ich habe Lust gehabt, für das heutige Orakel wieder einmal mit dem Mondschelterror zu arbeiten und darum habe ich uns hier die Karten ausgelegt. Und ich freue mich mit euch zusammen in diese letzte Energie einzutauchen oder vorletzte Energie sozusagen vom Jahreskreis einzutauchen und dann entsprechend auch zu schauen, was wir hier auch noch für eine Götterinnenkraft haben, die uns so dabei gut unterstützt. Schauen wir gerade rein, was wir hier für Prozesse haben für im Dezember 2019, sowie auch für die Rauhnacht jetzt hier vom 4. Januar auf den 5. Januar 2019. 5 von den Kelchen, also das ist ja schon speziell, die Energie, die verfolgt uns irgendwie. Das haben wir auch gehabt bei den Reifenseelen im Jahresorakel, glaube ich. 5 von den Kelchen, die wir hier haben, die kommen immer wieder. 5 von den Schwertern. Und auch die Bage von den Kelchen, also den haben wir auch schon mal gehabt. Ja, ihr Lieben, es sieht fast so aus, als müsste ich hier dann auch noch zusätzlich ein bisschen Karten ziehen. Was ich als erstes gerade wahrnehme, ist, dass die Trauer, die du gehabt hast auf deinem Herzen, die dich sehr, sehr stark bedrückt hat, dass das wie schon ein bisschen in die Heilung gehen konnte. Also, dass es nicht mehr so fest auf dein Herz drückt, aber dass es in deinen Gedanken sehr wohl noch präsent ist. Also, der Trauerprozess, den du irgendwo noch hast in dir, ist noch nicht ganz zu einem hundertprozentigen Ende gekommen. Und es ist immer noch in deiner Energie präsent, aber das ist auch klar, das ist vielleicht ein grösseres Thema, das du bedraut hast, wo du irgendwo auch, ja, so einen Schwermut in dir gespürt hast, wo noch nicht so ganz losgelassen werden kann. Und es ist sehr wichtig, dass du dort versuchst, das immer wie mehr in ein Loslos zu geben. Klar, ich meine, am Schluss ist Trauer immer ein Prozess, wo Zeit braucht, wo auch deine Geduld braucht. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du rechtzeitig wieder aufbrichst zu neuen Ufern. Weil gerade auch so Trauerprozesse, die wir hier auf der Gedankenebene haben, ist es sehr wichtig, dass man dort rechtzeitig auch wieder so ein bisschen aus der Kurve rauskommt, dass man sich irgendwo auch wieder aufs Herz fasst und sagt, schau, ich möchte mein Leben auch wieder weiterleben. Ich habe selber auch noch ein Leben und ich möchte mich nicht völlig aufgeben. Das heisst auch, dass die Selbstliebe irgendwo auch in dir noch mehr genährt werden darf, dass du für dich selber dein Leben an die Hand nehmen kannst und kannst sagen, ich gehe mit einem guten Gefühl für mich wieder vorwärts. Weil am Schluss ist auch ein ganz grosses Thema, auch wenn ich generell die Energie hier anschaue, deine Selbstverantwortung für deine Worte zu nehmen und dein Leben nicht abhängig zu machen vom Leben von anderen. Also falls du einen Menschen hast, der in deinem Leben von dir ging, die sich von dir gelöst hat, also sei das durch einen Todesfall, sei das durch eine Trennung, dass du dort wieder die Verantwortung für dich wahrnimmst und dich aufrichtest und wieder neue Wege versuchst zu gehen. Wir haben hier ein ähnliches Szenario wie das, was wir bei den reifen Seelen auch gehabt haben. Es ist das Szenario, dass du dich wie noch umdrehen musst. Du hast immer noch das Gefühl, du musst diese Situation bedauern, die du erlebt hast. Aber dabei ist es wirklich Zeit, dich wieder wie am Keto zu fassen und zu sagen, du, hörst, es ist jetzt wichtig, dass ich jetzt wieder aufwache und dass ich wirklich die Verantwortung für mich vornehme und wieder meinen Weg gehe. Weil du siehst ja auch, da hinten ist auch der ausgegangen, das geht auch noch weiter. Aber im Moment kannst du das wie nicht sehen, weil du bist einfach noch immer in dieser Trauer innen gefangen, in dieser eher ein bisschen, wie soll ich das sagen, schwermütigen Situation, weil das dich so runterzieht. Und es ist so wichtig, dass du dich nicht abhängig machst von dieser Schwermut, sondern dass du für dich auch wieder die Initiativen und die Kraft ergreifst, für dass du deinen Weg weitergehen kannst. Und du bist sehr streng mit dir. Also ich nehme auch wahr, auf deiner Herzebene, du weisst dir sehr viel Schuld zu, dass du irgendetwas verpasst hast in diesem Zusammenhang. Vielleicht auch in einem Zusammenhang mit dieser Trauer. Du zweifelst sehr an dir, bist du richtig in dem, was du gemacht hast. Du weisst dich auch sehr scharf beurteilen, dich selber sehr stark kritisieren und kommst wie immer ein bisschen weg von deiner Selbstliebe. Aufgrund von dem, was vielleicht hier auch vorgefallen ist, also von dieser Selbstsicherheit, von dieser Selbstliebe, die du gehabt hast, hast du dich irgendwo in deiner Herzebene ein bisschen von dir entfernt. Und ich möchte dir hier auch die Möglichkeit geben, dass du aus diesem starken Urteil von dir selber rausgehst und wirklich dir wieder der Liebe zuwenden, dir der Sonne zuwenden, dem Licht zuwenden, so dass du nicht mehr so stark dich prüft fühlst vom Leben. Also ich nehme da auch so ein bisschen schicksalhafte Gedanken von dir, fast ein bisschen wo, ja was ist denn noch mal los, wieso ist das so in meinem Leben, wieso werde ich so geprüft. Du hast sicherlich sehr schwierige Zeit gehabt in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren vielleicht sogar auch. Und es ist so wichtig, dass du aus dieser Selbstbeurteilung irgendwo wieder rausfingst, weil das ist nicht so eine freundliche Energie hier auf dieser Herzebene. Also du bist sehr streng mit dir, aber bist auch sehr streng mit deinem Umfeld. Und es ist wirklich wichtig, dass da dringend wieder mehr Liebe zugeführt wird, Gutmütigkeit zugeführt wird, auch Freundlichkeit zugeführt wird, dass du dich selber auch wieder so annehmen kannst, wie du bist. Das kann auch sein, dass du aufgrund des Trauerfalls, von dieser eher schwermütigen Situationen, dich irgendwo von dieser Liebe entfernt hast und gesagt hast, ja ich habe das vielleicht nicht verdient, dass ich so liebevoll mit mir umgehe. Und genau das zeigt uns da auch die Karten. Wir haben ja jetzt im Dezember 2019 wirklich auch die Energie von den Wundern. Also erlaub dir auch, dass für dich ein Wunder geschehen dürfte. Schick das auch ins Universum, dass für dich die Erlösung von diesem Wunder dürfte passieren. Gerade im Dezember ist so viel möglich. Das ist so ein bisschen die Weihnachtszeit, die ja auch wieder stattfindet. Und sehr vieles, was sonst vielleicht nicht stattfinden kann, ist im Dezember möglich. Also erlaub dir auch wirklich wieder ganz in deine Selbstliebe, in deine Kraft zu kommen, weil das ist etwas, das wichtig ist und das in die Heilung kommen will. Ich möchte schauen, wodurch dieser Prozess weitergeht, wenn das dort irgendwo wieder passieren kann, wenn du wieder in deine Selbstliebe kommen kannst. Also, es ist schon interessant, die Karte habe ich doch schon mal gezogen gehabt, in einem Mondorakel, echt, an einem Adventsmondorakel. Ich zeige das vielleicht nochmal schnell in die Kamera. Wir haben hier sechs von den Stäben. Also, es ist wirklich also das Lebensfeuer, das wieder zu dir zurückkommt. So ein bisschen die Initiative, die fehlt, die einfach nicht da war, wo du irgendwo verlaufen bist, also verlaufen aufgrund der Trauer, die wieder zu dir zurückkommt. Und ich würde dir auch sehr empfehlen, wenn du jetzt die Rauhnecht schaust, dir auch wirklich das als Ziel zu setzen, dass du wieder in deine Lebensfreude, in deine Lebensvitalität, auch in deine Selbstbestimmung wieder zurückkommst. Und das sinnvollerweise mit einem Zeitziel bis und mit dem Frühling, beziehungsweise allerspätestens bis im Sommer. Weil du siehst hier, da sind auch Blumen, die blühen. Wir haben auch eine starke Feurenergie, die hier präsent ist. Da hinten zeigt sich auch noch ein bisschen Kundalini. Also es ist so wichtig, dass du wieder in deine Selbstbestimmung kommst, oder? Weil sonst, wenn du ewig in dieser Trauer innen bleibst, in dieser Depression, in dieser Schwermut innen, das kann sich alles sehr stark verselbstständigen. Und eine Verselbstständigung kann dazu führen, dass es dann nur noch schlimmer wird, also dass die Situation nur noch dramatischer wird und dass du dort vielleicht aus einem Loch, wo du vielleicht reingegangen bist, gar nicht mehr herausfindest. Klar, wenn das für deine Seele vielleicht so vorgesehen ist, dann musst du vielleicht die Erfahrung auch machen, oder? Aber es ist wichtig, dass du da wieder herausfingst und dass du das Zepter von deinem Leben wieder an die Hand nehmen kannst. Und wir haben ja das auf deiner Herzposition. Also es möchte auch wirklich wieder die Selbstbestimmung im Frausein wieder zurückkommen. Es möchte die Schönheit in deiner Frau wiederbelebt werden. Oder wenn du ein Mann bist, auch im Mann innen, aber es ist jetzt so eine Frau angezeigt, das ist eher eine weibliche Energie wiederum. Also dass du dir wirklich erlaubst, dir in diese Kraft auch einzutauchen und auch erlaubst, die Schönheit vom Leben wieder zu sehen. Weil die Welt und die Erde gibt dir viele Gelegenheiten, damit du in diese Schönheit eintauchen darfst. Dass du sehen darfst, was du für ein schönes und wundervolles Wesen bist. Und es ist wichtig, dass du das wieder versuchst, für dich anzunehmen und zu integrieren. Und das ist natürlich ein Prozess. Also du stehst jetzt vielleicht noch nicht gerade so weit, aber ich würde dir empfehlen, ein Zeitziel zu setzen. Dass du sagst, gegen Frühling, Sommer, vielleicht so gegen Mai, Juni, dass du bis dann versuchst, wieder in deiner Kraft anzukommen oder immer wieder in deine Kraft anzukommen. Weil das so wichtig ist. Weil das sonst irgendwo auch ein bisschen eine Gefahr rum ist, dass dort sich deine Psyche verselbstständigen können, wo wir da auch schon so ein bisschen Themen drin haben. Weil die Karte ist jetzt mehrmals auch gekommen, weil es auch offenbar ein kollektives Thema ist. Dass du deine Selbstverantwortung wahrnimmst, dass deine Gedanken sich nicht verselbstständigen und dadurch dann irgendwo landen. Ich möchte auch schauen, was hier noch passiert, auf der Ebene von deinen Gedanken. In welchen Prozessen könnte das gehen? Ich muss hier nochmal etwas tiefer schauen. Du siehst jetzt hier, hier haben wir noch zwei von den Schwerter. Zwei von den Schwerter ist ja, das sieht man gerade auf einen Blick, da muss ich glaube nicht viel dazu erklären, ist nicht so eine grosse, tolle Karte, die wir haben. Also du bist dort wirklich sehr in einem strengen Prozess mit dir selber. Also auch viel Dunkel, das sich dir geöffnet hat, die du im Moment verarbeiten. Also es sind auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, fast ein bisschen alte Dämonen oder vielleicht alte Energien, fremde Energien, die dich vielleicht auch heimgesucht haben, weil du im Moment so in einem Trauerprozess drin bist. Und du weisst, umso mehr Trauer, umso mehr negative Emotionen du in dir innen produzieren, mit deinen Gedanken, das haben wir auf deiner Gedankenebene, umso mehr ziehst du auch Negatives an in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass du aus dieser Negativspirale wieder rauskommst. Und zwei von den Schwerter ist eine sehr prüfende Energie. Das ist so ein bisschen, willst du ins Licht, oder willst du im Dunkeln bleiben? Willst du ein freudiges Leben führen, oder willst du eher in der Depression bleiben? Es sind so ein bisschen die Fragen, um das ... Ja, es sind die Fragen, womit du dich vielleicht ein bisschen beschäftigen solltest, und die auch ein bisschen an dich hergeführt werden, damit du auch erkennst, wer du wirklich bist. Und damit du auch dich ganz bewusst fürs Licht entscheiden kannst. Für mich ist das auch hier wie ein Symbol der Verführung. Also irgendwo auch, dass du wieder zurückkehst in deine alten Muskeln, dass du wieder zurückkehst in dein negativen Denken. Ich glaube, das negative Denken hatten wir irgendwo in einem Orakel auch. Dass es hier wirklich noch nicht auf der Ebene deiner Gedanken, auf der Ebene von deinem Kronenchakra, noch nicht ganz alles gelöst ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch fremden Energien im Spiel sind. Ähm ... Kennst du das Thema mit den fremden Energien? Also fremden Energien sind ja alle Energien, die nicht deiner reinen Energie entsprechen. Und im Regelfall empfindet man fremden Energien nicht unbedingt als positive. Also es gibt ja in der geistigen Welt die lichtvolle geistige Welt. Also mit den Schutzengen, mit den Erdsengen, mit den Geistführern, die alle, die wichtig sind. Aber es gibt natürlich auch die dunkle, negative geistige Welt. Und das müssen wir uns genauso auch bewusst sein. Das existiert genauso, wie das ganze Lichtvolle auch existiert. Und wir sind ja auch hier auf der Erde. Und die Erde widerspiegelt uns das Prinzip der Dualität, also von Licht und Schatten. Und ähm ... Es kann sehr wohl sein, dass aufgrund von den negativen Gedanken, die du gehabt hast und vielleicht von dieser Schwermut, von dieser Depression, dass du so negative Wesen vielleicht auch angezogen hast. Und dann empfehle ich dir wirklich sehr, dass du versuchst, dein Haus zu reinigen. Also wirklich auch deine Innenräume von deiner Wohnung versuchst zu reinigen mit guten Sachen, die wirklich auch eine Reinigung herbeiführen. Es gibt auch ganz viele Sachen, die sich dafür eignen. Zum Beispiel der weisse Pomander von Aurasoma. Es gibt auch den Ruhmspray. Der ist sicherlich sehr reinigend. Serapis Bay ist auch eine Essenz, die sehr reinigend ist. Von der Heavenstore-Essenzen, also von meinen Essenzen, gibt es natürlich auch verschiedene Essenzen, die zusammengeführt, dann auch sehr intensive Schlagkraft können haben gegen fremde Energien. Aber am wichtigsten ist natürlich auch, dass du dich selber auch durch reinigen, dass du deine Gedanken durch reinhalten. Denn denke immer daran, mit deinen Gedanken erschaffst du deine Realität. Also das heisst, wenn du in deiner Seele, in deinem Unbewussten irgendwo etwas Negatives abgespeichert hast, dann ziehst du mit dem genauso auch wieder Negatives an. Und darum ist es wichtig, dass du dich wieder positiv konditionierst. Also das heisst, dass du dir auch regelmässig affirmierst, was es bedeutet, positiv zu denken. Und manchmal ist das sehr schwierig, gerade wenn man auch eben so Situationen erlebt hat, wo man in einer Schwermut ist, in einer Depression innen ist, ist es sehr schwierig, das alles zu begreifen und zu verstehen. Und dann ist es wichtig, dass du dir das wie regelmässig affirmierst und dir auch sagst, ich denke positiv und ich ziehe auch positive Sachen in meinem Leben an. Also du kannst dort einen Satz finden, der für dich richtig und sinnvoll ist. Und wenn wir von einer Affirmation reden, das muss ja durchdringend sein. Also das muss die gesamte Körper durchdringen, das muss deine gesamten Zellen durchdringen, das muss deine ganzen feinstofflichen Körper und deine Seele durchdringen. Also das heisst, du musst dir das regelmässig und häufig aufsagen. Und das über eine längere Zeit. Also wir reden hier von, ich sage jetzt mal für Leute, die nicht geübt sind, mindestens von zwei bis drei Monaten, damit du das dann effektiv auch im Aussen spürst, dass du eben aus diesen Versuchungen, aus diesen negativen Themen auch wirklich rauskommen kannst. Das ist ganz etwas Wichtiges. Weil gerade auch Menschen, die vielleicht sehr intensive Schicksalsschläge empfunden haben oder erlebt haben, die fallen ja so in ein Loch rein. Und aus diesem Loch muss man zuerst mal wieder rauskommen. Also man kann das schon mit Therapie und so weiter machen. Das ist alles auch eine gute Stütze. Aber es ist auch wichtig, dass man aus der Selbstverantwortung raus dort wirklich auch wieder rauskommt. Und es ist natürlich auch an dir, zu suchen und zu finden, was das sein kann. Und gerade auch in der heutigen Zeit, oder wir haben gestern auch noch kurz ein bisschen angesprochen, dass wir so mit den Portal-Tagen auch zu tun haben, auch mit den Lichtkörperprozessen, wo die Zeit generell viel schneller läuft, ist es wichtig und bedeutsam, dass du immer mehr Verantwortung für dich und für deine Gedanken übernimmst, weil sich das auch immer schneller anfängt zu manifestieren. Und umso negativer du denkst, umso negativer ist natürlich auch dein Umfeld und auch deine Situation, in der du drin bist. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, und du hast es in der Hand, dass du positive Gedanken, positive Sagen auch aussendest für dich, dass deine Realität gut geschmückt wird. Und noch schauen, woher das führt, wenn du das schaffst. Und hier haben wir es. Wir haben hier Ass von der Kelche. Also du schaffst es in deinen Gedanken wieder, eine kreative, positive, lebensbejahende Energie zu finden, die in die Fruchtbarkeit führt. Also auch eine Energie, die dir hilft, dass du wieder das Gute und das Positive sehen kannst. Und bist du auch bewusst? Gerade auch das Leben auf der Erde enthalten ja dieses duale Prinzip, Licht und Schatten, Positives, Negatives, im extremen Fall sogar die Polarität. Also dass wir ganz extrem im Negativen sind und ganz extrem im Positiven. Und auch gerade so manisch-depressive Zustände, das gehört halt einfach auch zum Leben. Und das kannst du daraus erschöpfen, wenn du aus diesem Prozess herauskommst. Also dass du wirklich in die volle Blüte von deinem Sein eintauchen kannst und wirklich auch dein Leben voll geniessen kannst. Durch das, dass du dir eben erlaubt hast, die Selbstverantwortung für deine Situation, aber auch für deine Gedanken. Deine Gedanken, die deine Umstände kreieren, hast du übernehmen können. Und das ist wirklich nicht so selbstverständlich. Ich nehme im Moment sehr stark vor, dass es sehr viele Menschen gibt, die eben in der Depression sind oder in der Trauer sind und dass sich alles auch ein wenig selber verursacht haben. Also nicht fähig sind, die Selbstverantwortung zu übernehmen für ihre Themen. Nicht fähig sind, positiv zu denken. Oder auch nicht fähig sind, sich wieder auf das Positive zu fokussieren. Und dort müssen wir uns alle in der Mupf geben, auch den Ruck geben, dass wir uns eben wirklich auf das Positive, auf das Lichtvolle konzentrieren und auch fokussieren. Wir können uns ewig lang im Negativen saulen. Und umso länger wir das machen, umso grösser ist natürlich auch die Gefahr da, dass wir eben ein bisschen in das Abdriften von den Gedanken kommen, die eher ins Negative gehen. Und darum ist es so wichtig, setz dich Fokus auf das Positive, sag dir deine Affirmation zum Positive jeden Tag regelmässig auf, mach das wie zu einem Mantra von dir, das du über mehrere Monate hinaus machst und ich kann dir sagen, du wirst das ernten können. Ich weiss das aus eigener Erfahrung. Ich habe auch schon sehr intensive Schicksalsschläge erfahren. Ich weiss, was es bedeutet, wenn man im Keller unten ist. Ich weiss, was es bedeutet, wenn es einem nicht gut geht. Und ich habe selber das auch erfahren müssen, was es bedeutet, mit den Gedanken seine Realität zu erschaffen. Und ich kann dir sagen, das verhebt. Also das verhebt zu 100 Prozent, wenn du auch bereit bist, für dich die Verantwortung zu übernehmen und für dich ein positives Leben zu affirmieren. Ja, und was daraus passiert, ist dann wirklich auch, dass du Abschied von dieser Trauer kannst. Also dass du auch wirklich kannst, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die Verantwortung für dich übernehmen kannst, dass du die alte Situation verlassen kannst und dass sich dir wirklich eine neue Dimension eröffnen kann. Eine Dimension, wo du natürlich heute noch nicht bereit bist, das zu sehen zu können, was es sein könnte. Denn es hat ja mit ihrer Zukunft zu tun. Und ich kann dir das natürlich auch noch nicht voraussagen, weil es an dir ist, dass du das entdecken darfst. Und es hat alles einen Sinn und Zweck im Leben. Also wenn du eine schwierige Zeit gehabt hast, dann wirst du in der Zukunft erkennen können, womit es das zu tun hat. Und mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit hat es mit deinen Fähigkeiten und mit deinem Potenzial zu tun. Und darum ist es so wichtig, gehe nicht in das Opferbewusstsein, sondern übernehme die Verantwortung für dich. Übernehme die Verantwortung für dich, dass du die Schöpferin deiner Realität bist und mit der Schöpferin aus deiner Realität auch eine positive neue Zukunft kreieren kannst. Und da haben wir ja gerade diese wundervolle Situation. Die Frau verlässt die Situation, die sie hatte, den Schwermut, den wir hier unten auch hatten, in dieser Kopfebene. Und geht in ihrer Bauchebene, also auch in ihren Handlungen, in ihren Taten, in ihren Fähigkeiten, aufs Neue zu. Also sie hat sich wirklich von dieser Situation abgewendet und auch du kannst das erreichen. Und ich habe sehr stark das Gefühl, falls du in Resonanz mit dem Orakel bist, dass es etwas ist, das mit ihrer Sensitivität zu tun hat, mit ihrer Medialität. Also das alles, was du erlebt hast, hat dich sehr viel feinfühliger gemacht, aufmerksamer gemacht, achtsamer gemacht. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch darum geht, dass du lernst, deine Sensitivität neu auszuleben und neu auszurücken. Was auch heisst, dass du vielleicht dir überlegst, eine Ausbildung zu machen in diesem Bereich. Also vielleicht überlegst du dir auch, Medium zu werden, also deine Medialität auszubilden. Oder dass du dir auch irgendwo ermöglichst, in einen Beruf einzugehen, der noch mehr mit der Sensitivität zu tun hat, mit der Intuition. Weil du hast ein ganz gutes Gespür für andere Menschen. und kannst das sehr gut transportieren durch deine sehr tiefen Gefühle, die du auch in dir drin hast. Und das war sehr wichtig, dass alles, was ich dir hier vorhin erzählt habe, deine Gefühle sind massgebend, damit du dann auch für andere Menschen wie kannst, den Weg aufzeigen kannst. Und du bist ganz reich an Gefühlen. Das sehen wir auch hier drin. Und du bist aber auch eine ganz selbstbewusste Person. Also auch jemand, der Feuerenergie in sich hat. Und durch die ganz tiefen Gefühle, die du in dir drin trägst, und durch das Feuer, das du auch hast, kannst du wirklich sehr vieles für dich zum Positiven verwenden, wenn du das auch möchtest. Aber es setzt den Prozess voraus, den ich dir vorhin genannt habe. Also ich sehe das als Chance, als Wachstumsmöglichkeit für dich. Gut, dann schauen wir doch hier noch in die Göttinnenkarte, was ich hier zeigen möchte. Quattliquen. Ich weiss nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich meine, das ist eine Göttin, eine aztekische Göttin. Also sicherlich eine der alten südamerikanischen Traditionen. Und wir haben hier auch genau das Szenario Leid und Schmerz. Oder wir haben hier auch die Schlangen, die aus dem Dunkeln rauskommen, die ganz sicherlich auch Sinnbild für Kundalini sind. Wir haben auch den Mond, der hier oben gehalten wird. Das passt auch gut zum Mondschild Tarot. Und einfach die Frau, die die Mondenergie sehr stark verkörpert. Und der Mond ist natürlich und logischerweise auch ein Sinnbild für die Medialität, für die Sensitivität. Und es ist auch ein Weckruf für dich, dich mit dem intensiver zu beschäftigen. Achte auch mal, ob du mondfäulig bist. Also ich merke das ganz intensiv bei mir. Wenn Vollmond ist, dann kommen so meine Schattenthemen viel mehr zum Vorschein. Und sehr wahrscheinlich aufgrund von dem Prozess, den ich dir da vorhin auch aufgezeigt habe, bist du im Moment dran, ganz viele Schattenthemen zu heilen, zu erlösen. Und das verursacht in dir natürlich auch ganz viel Leid und Schmerz. Und ich kann dir auch versichern, es ist am Schluss für etwas gut. Es ist für etwas gut, dass du dann in dein Gefühl gehen kannst, dass du in deine Heilung kannst, dass du auch erlaubst, eine reife Person zu werden, mit ganz tiefem Gefühl, die ganz intensive Fähigkeiten hat, auch zu den alten Mysterietraditionen. Also auch zu den ganzen speziellen Themen, zu den alten, antiken Mysterietraditionen, die wir Menschen ja auch haben. Und wie das eben ist mit diesen Mysterien, die sind nicht für alle zugänglich. Und du hast den Zugang, du hast den ganz speziellen Zugang, weil wir hier den Mond haben. Und wir sehen da hinten ja auch in diesem Dunkelblau, was sich da auch mit diesem Schwarz-Blau verbindet. Und ich sehe es für dich auch so ein bisschen wie an, als eine ganz tiefe Transformation, eine ganz tiefe Heilung, die du im Moment erfährst, wo du in eine neue Lebensphase hineingeboren wirst. Und es braucht ganz viel Demut und ganz viel Geduld und viel Heingabe auch von dir, für das du in diesen Prozess hineinkommen kannst, also dass du dich dort transformieren darfst. Es hat so ganz viel mit Alpha und Omega zu tun, nehme ich auch vor. Also mit einem Anfang und gleichzeitig auch mit einem Ende. Also es ist so ein bisschen wie das Sterben und Geboren werden gleichzeitig. Es hat mit der Wiedergeburt zu tun von deiner Energie. Und das ist etwas sehr Heiliges und etwas sehr Schönes, was du anerkennst als etwas Reiches und Wertvolles in dir innen. Also nimm das mit. Wir sind auch im Monat vom Dezember 2019. Also dieser Prozess braucht vielleicht ein ganzes Jahr Zeit in dir innen, um zu reifen, damit du das wirklich dann immer mehr annehmen kannst. Dass du immer mehr auch durch die Prozesse, die du jetzt erfahren hast, in deine Kraft kannst kommen. Und auch in deine ganz einzigartige Magie, die du als Mensch verkörpern und auch ausströmen. Du bist ganz klar mit dieser Energie von diesem Königsblau irgendwie ausgestattet. Das nehme ich auch vor. Also die sensitive Energie, die mediale Energie, die trägst du sehr stark in dir innen. Und ich empfehle dir dort, tiefer in das Thema einzutauchen, falls es dich auch lustig hat. Und bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Heilung, ganz viel Kraft und viel Geduld auch für dich und für deine Prozesse. Gewisse Prozesse brauchen Jahre, bis sie in die Klarheit kommen können. Auch das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Gewisse Prozesse brauchen Jahre, damit du sie geheilt und regeneriert hast. Aber du wirst als ganz andere Person neu geboren werden und als ganz andere Person aus diesem Leben oder aus dieser Situation hervorwachsen. als wie du es vorher gewesen bist. Und auch dazu wünsche ich dir ganz viel Mut und ganz viel Hoffnung und viel viel Kraft und Durchhaltevermögen. Alles Liebe für dich. Wir sehen uns morgen zum letzten Orakel. Ciao, ciao!